Moin moin liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's play minecraft ich hatte einen stressigen tag hinter mir das war ich beim zahnarzt und dann bei dem friseur ja und da dachte ich nimmst du noch eine schnelle runde auf ja und was brauchen wir denn mal Gott wir sind schon mehr voll Ja da habe ich eine idee weil wir so voll sind Wurde ich sagen ja würde ich sogar sagen Werden wir erst mal ein kleines lagern fangen zu bauen denn das ist zurzeit relativ wichtig gut Eine eisen Axt würde ich gerne haben So Nein so gut dann Mist dies auch bald kaputt ja ma Quarz schmutzhacke Was könnten wir denn Ah hier Dann bauen wir noch mal eine Wenn ich mal gleich machen sollen Gut 1 2 3 und 1 2 So So Dann Ja wo bauen wir denn das lager hin Ah Irgendetwas wo man schnell hinkommt Wie wäre es wenn wir uns in den berg rein bauen Das machen wir jetzt einfach mal Ich hätte auch eine neue schaufel mitnehmen sollen Mist Gut dann Und dann haben wir uns mal in den berg rein Weil mein kopf sagt das wäre eine schöne idee Dann machen wir das noch mal Ah so viel zeug Dankeschön Da hat er sie einfach ersetzt Da hat er sie einfach ersetzt Ist das nicht wunderbar Oh sogar Diamanten Ich hoffe ich kann die mit dieser Spitzhacke abbauen Wäre ja Blüte Wenn nicht Ne Ja wie viel Kohle Das müssen wir alles wieder auffüllen Na Okay Jawohl Diamanten kann man mit dieser auch abbauen Das auch Was auch immer das ist Da fällt mir auch gerade auf Was wir noch nicht haben Ein Bett Dann machen wir das mal ganz provisorisch hier Erstmal Das wird schon noch Besser Keine Angst Das wird schon Da bin ich mir sicher Wie hast du viel Eisen Hä Sehr Oh nö Hä Wo kommen die Schritte her Ich weiß es nicht Ah mitnehmen Gut Moment Dreimal Drei Also so 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 viel Zeug Schon wieder so viel Eisen Das ist so übertrieben Ah Oh Cool Eine Höhle Da müssen wir sowieso rein Das ist ganz gut Oh Gott Da gehen wir aber noch nicht rinden Ne Da können wir noch nicht rinden Das wär nicht schön Du Wo kommt das nicht her Oh Von Wetter Okay Ernsthaft sind wir voll Sind wir wirklich voll Die sind ganz schön Zeug Hier auch Das braucht Geh Natürlich Also wie das Ich Mist Ich nehme das Sowieso wieder auf Warum nehme ich das mit Ich will das nicht So wirst du was Damit Man Jetzt seht Sowieso Nicht viel Man 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 Da will man Sehten Eingang Bauen So Jetzt seht ihr Und ich Wenigstens Wieder was Das schon mal Ganz gut Und warum Läuft Keine Musik Ich hab die doch gerade Angemacht Mach nochmal an So Jetzt sollte wieder Musik da sein Hoffe ich Hey Der hat Leder an Da gehe ich nicht hin Erst noch mal den Müll weg Brauchen wir Haben wir nicht Haben wir auch nicht So Ja da bleibt Da hinten Gut Moment So Das ist doch Das ist doch Musik Ja wenn die Musik schon so laut ist Dann machen wir auch Minecraft ein bisschen lauter Das hat reichen Dich weg Dankeschön Gut Kein Creeper Kein Creeper Kein Creeper Hoch XP Komm her Ach sie will nicht So Was ist das denn Hä Das ist doch kein Mitdorfbewohner Achso Ein zwar Mitdorfbewohner Dich wollen wir hier nicht Ich auch nicht Ach Gott So viel Was ist denn hier los Weg Auch weg Meine Güte Was ist das denn Hier für ein Baum Mal mitnehmen Oh Was ist das denn Oh rohes Gummi Mist Der Baum wird wenig Ich bin normale Bäume Moment haben wir ja Holz Hoffentlich Ja na toll Ich weg So Dann bauen wir mal Moment Wir bauen noch nicht Erstes mal Wir brauchen Steine So Oh Jetzt regnet es auch noch Was soll das denn Regen ist einfach nur laut Ist das laut Da machen wir mal in unsere Höhle rein dann hören wir Wenst den regen nicht Gut Na gut Wenn wir uns hinterher schon Aber wir drehen uns endlich hin Wohl doch so Gut Ich muss noch mal nachschauen Ob das auch so stimmt Aber es stimmt Deshalb ist alles gut So Das kann ja ein spaß werden Das ganze auszukleiden So der berg ist ja nicht sonderlich groß Wie wir oben sehen können Moment wie lange nehmen wir schon auf Ja Da geht noch was Blub Da hat das ding einfach mal blub gemacht Das hat blühe der Erdlötz da Da steht die Wege Da ist die Höhle Dann würde ich sagen Hier Okay Stein Das ist gemein Du Stein So Das passt schon mal Ne Was ist das Auch die Blüme Brauchen wir nicht Was haben wir hier Wasser Nehmen wir mal das mit Das was mir ein wenig wichtig erscheint Nehmen wir mal mit So Und na Was das Soll ich mal schauen Aber mache ich jetzt nicht Gut die musik ist schon mal Die nächste geht gleich los Impuls Okay Ihr werdet sehen was ich vorhabe Na wunderbar Jetzt baue ich auch noch auf die Höhle Das müssen wir alles auskleiden Das kann ja ein Spaß werden Ich hätte mal beide Öfen mit Stein machen sollen So was das machen wir auch gleich mal Dem 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 oma seien Nein 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 Das soll das ich bin eigentlich nur bauen ja damit jetzt sieht es doch wunderschön naja nicht wirklich offen ist sowas von symmetrisch das passt schon immer sicher so der stein der print das eisen drin ja noch nicht das nehme ich gern mit schaut euch unser haus auf der mini mit man das sieht das schön ok 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 ich möchte hier eigentlich nur ein lager bauen muss das sein ihr spinnt doch die zwingen mich dazu das zeug zu holen ja ich will nicht runter andererseits das sind wir mann so die diamanten wir uns den rest nicht hat sich ja gelohnt der goldblock da ja wie bis wir trinken man dachte endlich so also wundert euch nicht wenn ich ein bisschen ruhig bin heute das war zu stressig das ist ja eine baustelle aber was für eine geht das wird mal unser lager zurzeit sieht noch gar nicht so aus aber keine angst das wird schon dann gehe ich mal zum haus und werden die folge wenden es bringt nichts weiterzumachen ich bin einfach zu ruhig heute das will ich euch nicht antun das wäre zu langweilig ist schon so lange gut dann würde ich sagen was das wird diese folge schreibt gerne wieder eure tipps in den kommentaren damit wir endlich mal richtig anfangen können falls ihr euch mit dieser matte auskennt der und ansonsten sagen was das heute und bis zum nächsten mal